Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Marktausblick. Ja, wir schauen wie immer ein bisschen auf die Charts für die nächste Woche. Was steht möglicherweise für News an, was steht beim S&P 500 an, beim DXY, bei Gold, beim DAX, was weiß ich. Wir gucken uns auf jeden Fall wieder alles an, so wie jeden Samstag. Schauen wir mal, was könnte nächste Woche so ein bisschen anstehen. Wir wissen, okay, wir haben momentan die Bankenkrise. Letzte Woche ist, glaube ich, der Marktausblick ein bisschen von meiner Seite ein bisschen eher ausgeartet. Ich habe ein bisschen zu viel meinen Senf vielleicht dazugegeben, aber es kam gut an und ich glaube, das ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn ich da ab und zu mal ein bisschen meine Meinung ein bisschen mehr äußere. Aber ich habe kein negatives Feedback bekommen, was mich gewundert hat. Also vielen, vielen Dank nochmal für den letztwochigen Marktausblick. Diese Woche wird es, denke ich, ein bisschen ruhiger, aber vielleicht zu ein, zwei Sachen kann ich trotzdem meinen Senf dazugeben. Gut, doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinkommen. Wenn ihr Bock habt auf noch mehr Updates oder sonstiges, chillt da gerne rein. Link unten, wie immer, in der Videobeschreibung. So, und damit verlieren wir keine Zeit. Wir fangen wie immer mit dem DXY, also dem US-Dollar an. Wie sieht es dort aus? Nachdem wir hier oben diese Rejection in dieser grünen Box bekommen haben, ging es jetzt erstmal nach unten. Und wir hatten so als Ziel diese Woche diese 102 US-Dollar-Marke. Dort haben wir auch unsere Daily Closes hinbekommen. Also das heißt, wir haben jetzt erstmal diesen Support hier vorübergehend gehalten. Was mich hier ein bisschen wundert, und ich habe letzte Woche schon dazu gesagt, ein bisschen Abstand zu nehmen vom DXY zu traden oder sonstigen, dass der Dollar sich hier momentan für die Verhältnisse, die wir gerade haben, sehr, sehr stark hält. Klar, wir hatten den Fett-Zinsentscheid diese Woche. Zinsen wurden erhöht, hat dem Dollar ein bisschen Auftrieb gegeben auf Daily-Sicht, aber auch ist nicht wirklich nachhaltig. Man sieht hier Mittwoch, Push nach oben und sofort wieder runter. Natürlich haben wir eine extreme Bankenkrise, auch in den USA, die sich jetzt auf Europa überschwappt. Was für eine Verwunderung. Aber Banken sind sicher, Leute. Ihr müsst daran denken, die Banken sind sicher. Wenn King Olaf das sagt, dann sind die Banken sicher, auch wenn er sich am Montag nicht mehr daran erinnern kann. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall hält sich der Dollar jetzt momentan hier noch ein bisschen an Support. Finanzministerium hatte gestern eine Dringlichkeitssitzung und das Finanzministerium bzw. die Jelen spricht nächsten Donnerstag auch nochmal. Da kommen wir gleich nochmal zu den News drauf ein, weil so viele News sind nächste Woche gar nicht. Also Dollar für mich weiter Abstand nehmen und ganz ehrlich, ich gehe hier ehrlich gesagt von tieferen Kursen aus. Ich sehe hier unten diese nächste gelbe Linie, also diesen Support, den wir hier schon mal angetestet haben. Das schiebt man nur mal ein bisschen runter, diese grüne Box hier einfach und gehen hier, dass wir den Dollar Richtung 100 US-Dollar hier unten sehen. 100, 101 Punkte, je nachdem was man dazu sagt. Das ist so die Zielmarke für diese Woche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Dollar eine extreme Erholung kriegt. Klar, nochmal so ein Push nach oben bis in die 104 Region ist drin. Aber ganz ehrlich, der Downtrend ist erstmal in Gang und dann müssen wir gucken, bildet sich dann hier ein doppelter Boden. Was könnte diesen doppelten Boden dann auslösen? Momentan sehe ich das einfach nicht. So, dann gehen wir rüber zum, naja, wie machen wir weiter? Machen wir mit dem S&P 500 weiter. Hier schauen wir auch mal ganz kurz, wie sich der ganze Mist entwickelt hat. Und ich muss sagen, auch hier wieder exactly as predicted. Wir haben ja schon die Woche davor, da seht ihr, 13. März, wo wir drüber gesprochen haben, okay, dass wir nochmal runtergehen können. Wir sind nur an diese grüne Box gekommen. Hatten dann das Breakout wieder aus unserer Dauertrend-Linie von unserem Falling Broadening Wedge. Sind dann nochmal nach oben hin gepusht und jetzt konsolidieren wir hier drunter. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier den Fahrplan weg. Wir sind noch nicht nachhaltig hier über diese Zone gekommen. Also für mich wichtig wären die 4020-Punkte-Marke. Kriegen wir hier wirklich mal ein Close drüber, dann sollte auch der Downtrend gebrochen sein. Weil wir haben klar, muss ich jetzt nochmal ein bisschen ausführen hier auf dem Daily-Time-Frame. Ihr seht hier dieses riesige Falling Broadening Wedge, wo wir immer wieder Probleme mit hatten, nochmal drunter gefallen sind und jetzt uns hier drüber wieder stabilisiert haben. So, jetzt haben wir aber noch diesen kleineren Downtrend hier auch noch vorliegen, wo wir bisher auch nur einen Blick hatten. Das heißt, wir müssen nachhaltig über diese 4020-Punkte-Marke. Es hat sich nichts an der Analyse von letzter Woche hierzu geändert. Wir müssen über die 4020-Punkte-Marke und dann wäre der nächste Step die 4090 bis 4100-Punkte-Marke. Also, ihr seht beim S&P 500 auch hier wenig Veränderung. Wir blicken mal ganz kurz auf die Charts, welche sich nächste Woche, auf die News, welche sich nächste Woche ergeben können. Und ihr seht schon, wir sind hier schon beim Donnerstag und Freitag. Vorher ist überhaupt nichts wirklich los. Das Einzige, was passieren kann, Deutsche Bank geht vielleicht vorher noch flöten oder irgendeine andere Bank. Und wir kriegen wieder News, dass weiterhin Geld gedruckt wird. Weil, man muss sich das jetzt mal so vorstellen, wir haben die letzten zwei Wochen 400 Milliarden US-Dollar in den USA gedruckt. Die Fed hat ihre Balance Sheet aber innerhalb von 12 Monaten um 600 Milliarden zurückgesetzt. Was für eine Leistung. Man verhaut hier innerhalb von zwei Wochen einfach mal wieder 400 Milliarden. Und ich sage euch, das wird kein Ende nehmen. Es wird weiterhin Geld gedruckt, weil die Banken einfach im Arsch sind. Was willst du machen, wenn Banken im Arsch sind und den Leuten zu sich ist? Ja, das Geld ist sicher, das Geld ist sicher. Ja, dann druckst du halt das Geld, was einfach fehlt, damit das Geld wirklich sicher ist. Weil das Geld gibt es ja einfach nicht. So, und, sorry, es artet jetzt wieder ein bisschen aus. Und das ist das Einzige, was uns momentan einfach noch ein bisschen mehr Schub geben könnte. Ansonsten Donnerstag, Arbeitslosenanträge, wie immer eigentlich. Und das Bruttoinlandsprodukt, was auch nochmal ein bisschen interessant werden könnte, wie ist die Wirtschaft an sich aufgestellt. Paul will ja weiterhin eigentlich eine Scheißwirtschaft haben. Die wird er früher oder später bekommen. Die wird er früher oder später bekommen. Er wird die ganze Nation ficken. Sorry, dass ich das jetzt gesagt habe, aber es ist einfach so. Mit seiner Art, die er da führt, mit seinen Zinserhöhungen, würde er einfach alles nur noch schlimmer machen und noch schneller die Gelddruckmaschine anschubsen, kann man mal so sagen. Aber es ist einfach so. Und da seht ihr schon, okay, Donnerstagabend 20.45 Uhr spricht dann nochmal die Finanzministerin Jalen, die natürlich auch einen Haufen Geld drucken will. Das ist auch lustig, wir haben uns ja die Woche die Fettsitzung angeguckt und während Paul sagt, ja, nee, alles sicher, Banken sind safe, Geld drucken, was weiß ich was, weiß davon nichts. Eine halbe Stunde später sprichstellen, ja, es kann sein, dass immer mehr Bankruns ausgelöst werden. Da weiß Stelle A nicht, was Stelle B sagt. Und A arbeitet gegen B und B arbeitet gegen A. Also es ist ein absoluter Schmarrn hier, was einfach da fabriziert wird und es wird auf den Rücken des kleinen Mannes oder der kleinen Frau hier ausgearbeitet. Auf jeden Fall, Freitag haben wir da noch die PCE-Kernrate, was auch noch kommt und sehr, sehr interessant werden könnte. Prognose liegt bei 4,7%. Was haben wir hier beim, ja doch, 4,7%. Das müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Und die Kernrate 0,4%, also soll hier auch ein bisschen sinken. Schauen wir mal an, was da rauskommt. Sollten die Daten positiv sein, kann ich mir auf jeden Fall ein bullisches Breakout nach oben hin vorstellen. Denn für die Märkte sollten die Beschissene ausfallen. Dann auf jeden Fall nochmal ein Rücksetz. Aber wichtig ist, wir sind grundsätzlich aus einem übergeordneten Downtrend beim S&P 500 erst einmal ausgebrochen. Aus dem kleinen, da brauchen wir auf jeden Fall noch einen kleinen Schub nach oben. Schauen wir uns den Dow Jones an. Auch hier tut sich momentan wenigstens. Es ist echt unglaublich. Wir haben Wochen, Monate lang immer wieder hier oben diese Seitwärtsrange. Und jetzt sind wir jetzt schon wieder knapp zwei Wochen, ja doch, zwei Wochen sind wir jetzt hier auch schon wieder in so einer kleinen, engen Seitwärtsrange. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass wir hier nochmal ein bisschen tiefer gehen. Zumindest ins Golden Pocket. Das war ja hier auch dieses Setup, wo wir hier reingepostet haben. Diese 3,4%. Hat sich momentan noch nicht so wirklich erübrigt. Der Dow Jones tradet hier weiterhin, sag ich mal, an unserer kleinen, an unserem Downtrend, den wir hier weiterhin bestätigen. Das heißt, wir machen diesen Fahrplan jetzt erst einmal raus. Und ich kann mir ehrlich gesagt eher vorstellen, dass wir hier sogar nochmal nach oben hin ausbrechen. Da lohnt sich vielleicht jetzt auch mal so ein Blick in die kleineren Timeframes. Wir machen mal diese grüne große Box hier weg. Und schauen uns das mal ein bisschen an. Da seht ihr, okay, wir hatten hier so eine kleine Range gebildet. Die zeichne ich euch mal ganz kurz ein mit den Closes. Sind rübergekommen, haben aber dann wiederum nur einen Wig bekommen. Und dann sind wir hier oben in dieser Supplyzone rejected worden. Das heißt, auch hier erst einmal ein bisschen übergeordnet. Seitwärtsphase, das tut sich sehr, sehr wenig. Nicht wirklich bullish momentan. Müssen wir mal gucken, in welche Richtung sich der Dow Jones entscheidet. Ich bin ganz ehrlich, nächste Woche deutlich bullischer eingestellt, was diese Märkte anbelangt. Deswegen rechne ich eher hier beim Dow Jones mit steigenden Kursen für die nächste Woche. Gut, dann gehen wir noch rüber zum Nasdaq. Ihr seht schon, die amerikanische Börse ist diese Woche nicht wirklich geil. Aber Nasdaq dafür ein bisschen mehr. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass sich Nasdaq ja deutlich, deutlich stärker aufgrund auch dieser ganzen Zinspolitik einstellt. Natürlich ist die Zinserhöhung beschissen für diese Märkte. Es werden immer mehr Leute entlassen. Aber, was man dazu auch sagen muss, vor allem der Tech-Sektor ist ja vom billigen Geld sehr, sehr abhängig. Man hat gesehen, wie sehr der Tech-Sektor, vor allem Tesla, Amazon und die Big Five einfach gestiegen sind durch dieses billige Geld, was in den Markt gekommen ist. Und ich glaube, die Aussichten auf billiges Geld oder auf zukünftig billigeres Geld sind so hoch wie lange nicht mehr. Und deswegen bin ich ganz ehrlich erst einmal ein bisschen bullischer eingestimmt, was die ganzen Tech-Werte anbelangt. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass wir hier nochmal diesen Retest vollziehen. Nasdaq hat sich das anders überlegt, ist erstmal weiter nach oben hin gepusht. Aber, und jetzt kommt dieses große Aber, wir haben leider kein Higher High gebildet. Das heißt, ihr seht hier, wir haben den Wig drüber gemacht. Wir haben diese grüne Box nach oben hin durchbrochen. Und das ist eben das, was mich ein bisschen gerade bearischer stimmt. Und wir müssen hier ein Close über diese 12.740 Punkte Marke machen. Dann sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Wir wurden zweimal rejected. Volumen müssen mal gucken, ob hier oben relativ viel liegt. Aber das ist wichtig, dass wir hier auf jeden Fall ein Close drüber kriegen. Erst wenn wir diesen Close drüber kriegen, dann können wir den nächsten Step hier oben, die 13.100 bis 13.230 US-Dollar Marke nehmen. Vielleicht nochmal einen Retest und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Wir müssen aber dazu sagen, vor allem der Nasdaq hat noch einiges aufzuholen. Wir haben nicht diese Rallye gehabt wie beim S&P 500, wie beim Dow Jones oder sonstigen. Und aufgrund halt wegen diesen ganzen Zinserhöhungen, aufgrund des teureren Geldes, muss man ja dazu sagen, haben wir hier ein bisschen das Problem gehabt, dass der Nasdaq schlechter performt hat. Trotzdem müssen wir jetzt mal gucken, kriegen wir hier dieses Breakout, ist die Bestätigung wichtig. Dann können wir die Rallye nach oben hin fortsetzen. Ansonsten der Rücksetzer hier unten bei 12.168 Punkten wäre für mich momentan so ein bisschen das Long-Szenario, beziehungsweise hier diese Range zwischen, was haben wir hier, 12.257 bis 12.180 Punkte. Wir gucken uns das Ganze kurz vom Risk an, wären wir bei 1,15% absolut, finde ich, im Bereich des Möglichen, hier einen Long-Trade einzugehen. Aber da müssen wir, wie gesagt, die nächsten Tage mal ein bisschen gucken, wie sich so die Märkte ein bisschen entwickeln, je nachdem, wie sich dann auch die PCE-Kernrate für die nächsten Tage entwickelt. Gut, dann kommen wir momentan zu einem meiner Favorites und das ist der DAX. Wir haben die letzten Wochen so, ich glaube, ich habe mehr DAX-Updates gepostet in der Telegram-Gruppe als Bitcoin-Updates, weil es einfach deutlich, deutlich einfacher zu traden war. Und was will ich sagen, die Long-Position von mir läuft hier unten noch, bin glaube ich bei 14.600 Punkten hier reingegangen. Stop-Loss wurde nicht getriggert, zum Glück, und bin auch hier immer noch drin. Mein Short wurde leider noch nicht abgeholt, wir haben letzte Woche hier drüber gesprochen, dass wir hier oben noch die Chance haben, nochmal dieses kleine Gap hier oben zu füllen, haben wir bislang nicht gemacht. Und was mich auch ein bisschen gestört hat, das wäre nämlich das zweite Setup gewesen, hier auf dem 4-Stunden-Timeframe, hier oben. Diese Ineffizienz bei den 15.326 Punkten, das war eigentlich so das Ziel für mich, hier nochmal eine Short-Area reinzugehen, wurde leider, ich sage jetzt einfach mal so, um 20 Punkte, um 0,1% nicht abgeholt. Und ärgert natürlich extrem, dafür haben wir uns jetzt erstmal das Gap hier unten geholt, bin hier aber am überlegen, ob ich nochmal ein kleines Long-Setup reinposte. Jetzt übers Wochenende tue ich mir da gerade noch ein bisschen schwer, einfach mal um zu gucken, was jetzt erstmal so ein bisschen in den Märkten abgeht, ob wir übers Wochenende noch ein paar News bekommen. Aber Montag kann ich mir jetzt erstmal mal vorstellen, dass wir eine weitere Erholung sehen, zumindest hier oben, aufgrund, vielleicht hat sich die ganze Bankenkrise ein bisschen beruhigt, je nachdem, dann kann das natürlich auch für den DAX wieder einen deutlichen Aufschwung geben. Wäre das Ziel hier oben einfach die 15.326 Punkte bis ungefähr, ich sage jetzt mal 15.400 Punkte. Das sind so die zwei Areas, die jetzt erstmal kurzfristig als Ziel gegeben werden. Longlastig auf jeden Fall bis, sage ich jetzt mal hier hoch, 15.200 Punkte, hier haben wir auch nochmal so ein kleines Gap. Das sollte sich der Markt holen, dort würde ich dann auch den Stop-Loss-Of-Entry setzen und dann einfach laufen lassen. Nächste Short-Area, ganz ehrlich, so wie ich jetzt momentan ein bisschen so die Märkte einstelle, mehr billiges Geld. Es wird immer mehr zugesichert, dass einfach Bankenrettungen bevorstehen oder immer mehr Banken gerettet werden. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir uns zuerst sogar hier oben den Bereich der 15.632 Punkte Marke, also dieses größere Gap hier oben holen, bevor wir eine nächstgrößere Korrektur sehen könnten, in Anführungszeichen. Andererseits bedeutet billiges Geld für die Märkte natürlich auch steigende Kurse, mehr Leute investieren wieder in Aktien, Immobilien, was weiß ich was da draußen. Also man muss hier momentan ein bisschen vorsichtig sein, die Aktienmärkte zu shorten, das wäre perfekt gewesen, aber 0,1 Prozent, was will man machen? Man kann nicht alles mitnehmen, dafür waren unsere beiden Short-Rates, die wir hier oben mitgenommen haben, Bombe. Jetzt warten wir erstmal ab, wie gesagt, Long-Setup wird dann wahrscheinlich relativ zeitig am Montag frühmorgens in die Telegram-Gruppe reinkommen. Also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Bock habt, kommt da gerne rein, dort kriegt ihr auf jeden Fall die neuesten Updates oder auch Signals. Signale dazu. Gut, und jetzt gehen wir rüber zu meinem zweiten Lieblings, äh, nee, Coin ist es nicht, aber zu meinem zweitlieblings Trade-Ding momentan und das ist Gold. Gold momentan bei ungefähr 1.976 US-Dollar pro Finance. Wir haben hier nochmal die 2.000-Dollar-Marke gesehen, wurden zweimal rejected. So, grundsätzlich würde ich sagen, bearisches Zeichen, zweimal rejected oder sogar dreimal, wenn wir den Rick hier oben mitnehmen. Aber ich kann mir hier, und ihr seht hier schon dieses, äh, das Setup, was ich hier schon mal rein habe, ich kann mir hier wirklich nächste Woche oder die nächsten Wochen trotz vielleicht steigender Märkte trotzdem hier eine Outperformance von Gold vorstellen. Das heißt, ich gehe hier von deutlich über 2.000 US-Dollar aus. Wir haben es leider nicht mehr hier unten hingeschafft zu den 1.900 Dollar, das war so ein bisschen das übergeordnete Ziel, das machen wir jetzt erstmal weg. Deswegen vergewissern wir uns jetzt mal hier auf das kleinere Golden Pocket und das liegt hier bei 1.960. Hier würde ich aber nicht reingehen, ich tendiere sogar eher hier unten zu den 1.970 US-Dollar. Andererseits macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt hier oben reingehe oder ein bisschen tiefer. Ihr seht, das sind 0,2% des Risikos, kann man meines Erachtens nachher angehen. Aber ich bin momentan einfach dafür, Gold weiterhin zu longen und da bleibe ich auch ein bisschen bei unserer Prämisse. Gold übrigens bei 1.900 US-Dollar die Feine und so eingekauft, auch hier momentan sehr, sehr gut im Plus dafür, dass ich erst relativ spät rein bin. Aber für die ganze Marktlage und so gehe ich einfach davon aus, Gold wird weiter steigen. Wir haben keine Bearish Divergence, klar mit den Closest so minimal, aber ich glaube, das juckt hier bei Gold eher weniger momentan schadtechnisch. Und ja, deswegen wird auch hier DAX und Gold Long Setup wahrscheinlich dann am Montag noch relativ zeitnah folgen. Einfach damit wir hier diesen Trade möglicherweise noch mitnehmen können. Gut, und dann kommen wir auch schon zum Schluss. Wir kommen zu Bitcoin. Hier habe ich es heute früh schon im Update-Video gesagt. Ich gehe momentan maximal von 23.000 US-Dollar aus. Aufgrund aber auch hier dieser positiven Marktlage, die wir haben, kann ich mir oder wäre der Best Case 25k und dann ein Higher High zwischen 35.000 und 40.000. Warum? Wichtig ist erst einmal, dass wir über die 32.000 US-Dollar Marke hinauskommen. Dort ist unser fetter Daily Widerstand. Da müssen wir drüber. Schaffen wir das. Dann werden die nächsten Steps 35 oder 40k. Also ich bleibe hier weiterhin erst einmal bullish, das Golden Pocket, das war die 23k von heute Morgen. Wäre nicht mein Primärszenario nach jetzigem Stand, ist auch nicht wirklich das bullishste Szenario, würde ich sagen. Aber gut, warten wir erst einmal ab. 25k, solange die halten, gehe ich von über 30k aus, brechen die dann natürlich 23k und dann müssen wir den ganzen Markt nochmal neu sortieren. Wir müssen darauf achten, was sonst noch so passiert. Aber ansonsten bleibe ich erst einmal beim bullischen Sentiment. Und aufgrund, klar, wir haben Zinserhöhungen gehabt, schön und gut, aber der Markt muss früher oder später Geld drucken. Ja, und das waren perfekte Schlussworte, würde ich sagen, mal wieder. Ich würde sagen, wir ziehen das nicht weiter in die Länge, sonst verquatsche ich mich hier wieder. Ich glaube, ihr wollt euch das jetzt auch nicht eine halbe Stunde geben. Wie gesagt, ich überlege noch ein extra Video dazu zu machen, bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob euch das dann wirklich interessiert. Vielleicht höre ich es auch auf dem Zweitkanal, gerne auch dort abonnieren. Und ja, wie gesagt, das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Hoffen wir auf eine bullische Woche nächste Woche. Und ja, Like da lassen, Abo da lassen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay cool.